Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Habo TV und Tour. Neuerdings wurde jetzt ein Teddybär im deutschen Habo Hotel gefunden. Und zwar in Neuromancers Tattoo Studio. Hier ist der kleine süße Teddybär. Er trägt bisher keinen Titel und keine Beschreibung. Es ist noch nicht klar, ob dieser Teddy bald in einer bekannten, beziehungsweise in einer neuen Möbelserie vorhanden ist. Beziehungsweise reinkommt und wir ihn dann kaufen können. Wie gesagt, es ist noch unklar. Es ist richtig süß, der kleine Teddybär. Sobald wir was Neues wissen, melden wir uns natürlich sofort hier auf Habo TV und Tour. Ich bin euer Chris Paul02. Macht es gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.